Die 22. Hungener Europa-Woche endete auch in diesem Jahr mit dem Brunnenfest. Das wurde bereits in 23. Auflage gefeiert. Los ging es am Samstag Nachmittag mit dem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz. Später hieß es dann Bühne frei für ein buntes Programm aus Tanzdarbietungen und Gesangseinlagen. Die 22. Oldtimer-Fahrt des MSC Horloftal im ADAC war am Sonntagmorgen einmal mehr ein Höhepunkt der Europa-Woche Hungen. 90 Automobile und Motorräder der Baujahre 1926 bis 1983 waren beim Start und Ziel sowie bei der Ausstellung am Festplatz zu bewundern. Insgesamt 90 Helferinnen und Helfer hatte der MSC im Einsatz. Sie sorgten nicht nur für die Sicherheit der Teilnehmer, sondern an der Markthalle auch für das leibliche Wohl. Derweil unterhielten auf dem Marktplatz der Musikzug der Feuerwehr Muschenheim und am Nachmittag der Musikzug Bellersheim die vielen Besucher. Mittags luden Hungner Vereine ein und boten kulinarische Köstlichkeiten. Darunter der Schweinebraten mit Knötler und Kraut, der Egerländer Gemäu oder der türkische Kulturverein mit seinen landestypischen Spezialitäten wie Linsenfrikadellen oder Börek. Am Abend störte heftiger Regen das Fest. Doch vielleicht erfüllt ja die Schlossfee der neuen Brunnenkönigin ihren Wunsch nach stetem Sonnenschein. Wenigstens zum Brunnenfest. Musik 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 Musik